Ja, wie fandest du denn Paris? Sehr schön. Ja? Erzähl doch mal was über Paris. Ja? Was haben wir denn heute gelernt? Da sind komische Leute, die einem kleine Eiffeltürme andrehen wollen. Von wegen bling bling und so für einen Euro. Und das macht mir Angst. Die wollen alle nur mein Geld. Und Kakao für vier Euro. Vier kacke und fünf scheiß Kakao. Die sind doch bescheuert, sind die. Und das war nur Wasser, da war doch nicht mal Milch drin. Und? Nur mit Wasser, ohne Milch. Die können wunderschön zeichnen. Fast besser als ich. Geht doch mal aus meinem Gesicht. Isn't it beautiful? Ist ein bisschen geknickt, weil Tobi zu doof ist es zu transportieren. Reicht jetzt. So. Noch ein Erfolgserlebnis? Ja, die Krebs waren lecker. Mhm. Die Franzosen waren nicht so... Lecker? Lecker. Und nee, ich hab gedacht, die wären nicht so... Kompromissbereit mit dem Englisch und so. Aber die haben Englisch gesprochen mit mir. Das war sehr gut. Mhm. Hast du noch was zu sagen? Penis. Gut. Das war's. Das war's.